Sie ist weg. Sie beide wissen, was auf dem Spiel steht. Es ist nicht mehr viel Straße übrig. Verdammt, schießen Sie! Was sagt man über so einen Mann? Vor drei Monaten haben Sie die Festplatte mit allen Agenten, die weltweit in terroristische Vereinigungen eingeschleust wurden, verloren. 007 meldet sich zum Dienst. Wo zum Teufel waren Sie? Ich habe den Tod genossen. Ich habe nur eine Frage. Warum bleiben Sie nicht tot? Man kann ruhig zugeben, dass man nachlässt. Sie war nicht Ihr Ziel. Sie wollten, dass sie es sieht. Willkommen beim neuen MI6. Ich bin Ihr neuer Quartiermeister. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Walter PPKS 9mm. Kodiert auf Ihren Handabdruck. Nur Sie können sie abfeuern. Weniger eine willkürliche Mordmaschine. Mehr ein persönliches Statement. Hugh. 007. Ich möchte Ihren Auftraggeber kennenlernen. Was wissen Sie über Angst? Ich weiß alles. Die hier ist anders. Die kennt nur er. Sehen Sie sich an. Spione jagen. England. MI6. Sie hat sie auf mich gehetzt, obwohl sie wusste, dass sie noch nicht bereit sind und vielleicht sterben. Mami war sehr böse. Die zwei Überlebenden, das hat sie aus uns gemacht. Jeder braucht ein Hobby. Und was ist Ihrs? Auferstehung. MDR. AR temas Sie hat sie badly notes. Untertitelung des ZDF, 2020